Ja, aber ihr Internisten könnt wenigstens Krankheiten auf die Spur kommen. Du warst voll die Detektivin bei deiner HIV-Patientin. Wir Chirurgen schneiden nur auf und nähen wieder zu. Manchmal komm ich mir vor wie ein besserer Mechaniker. Bernd, aufgepasst! Die Milz ist durch, die muss ich rausnehmen. Und wenn ich schon dabei bin, hau ich die Gallenblase auch raus. Wir können sie drin lassen, aber in ein paar Monaten stehen sie wieder hier. Um ganz offen zu sein, ich kenn mich bei den Japsen-Modellen nicht so super aus. Ich würd gut aussehen im Overall. Du solltest auch wie JD reden, wenn du schon Takträume hast wie er. Ich würd ja gut aussehen im Overall. Schon besser. Danke.